Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video in BO6. Ihr wollt, dass ich eine Nuke spiele. Ich habe es versucht mit der XM4, der PP919 und der GPR am Anfang. Und ich kann euch sagen, die Anfangsrunde lief so gar nicht. Wie ihr hier seht, bin ich sehr häufig gestorben, habe kaum Kills gemacht und musste mich erstmal warm schießen. In der zweiten Runde gleich auf die XM4 gewechselt, womit es deutlich besser ging. Ich habe dir jetzt schon kein Bock. Oh ne, ne. Hat zwar etwas gedauert zum Reinkommen, aber ich habe es dann schon auf ein paar Weine 7er-Street hingekommen. Nach dieser Runde lief es immer besser. Ich habe die PP ausprobiert. Ich hatte damit anfänglich ein bisschen Probleme. Hindung mit dem selten Ball haben, dem jetzt absolut Podcast Setup angeternbefallen. Hpert es auch auf den göra, denn ich habe ja sehr oft die preçogeWAYblicke. Wie geht es nur noches Element? Wenn es ich sieht nicht, alles ist, curated. Es ist ja auch gut. Aber die пропfighter ist einfach gut. Das kann ich sehen, dass wir alles präsentieren müssen. Ach, warum mach endlich mal ein paar Reinkriebe gewesen an? es immer besser bis ich mit der auch mal und dann kam die runde die alles zerstört und 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 Untertitelung. BR 2018 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 Und dann kam das hier. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und dann habe ich bis hierhin beste und gleichzeitig auch die gesamte beste Runde des Videos gespielt. Mit einer insgesamt 19er Streak. Das hat mich gebrochen, dass es nur 19 war, weil den letzten hätte ich quälen können. Danach kam keine Runde mehr, die so gut war wie diese. Deswegen habe ich die Nuke-Challenge in diesem Video leider nicht geschafft. Aber ich hoffe, ihr habt Bock auf noch eine Challenge. Nochmal eine Nuke-Challenge. Ich werde es mir auf jeden Fall merken für ein weiteres Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like auf diesem Video da. Wenn wir in diesem Video 7 Likes schaffen, wie beim letzten Mal, gibt es ein weiteres Video mit der Challenge, die ihr in die Kommentare schreibt. Am nächsten Donnerstag. Ich freue mich drauf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.